ARD Text im Auftrag von Funk Würde ich auch sagen. Müssen wir alles einmal transferen. Aber auch richtig, richtig dann. Von Anfang an mit Plan bauen. Ich wollt sagen, wir sind schon fertig mit der Kutzung. Ach, ich mein so ein Miner hier und so. Ach ja. Das ist ganz wichtig. Den Mineneingang können wir eigentlich hinten beim Portal bauen. Nein, 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 das hat die Baugenehmigung, haben wir nicht bekommen. Halt dein Maul! Hat die Stadt uns nicht gegeben. Dürfen wir jetzt nicht bauen. Oh, ich hab kein Essen mehr deswegen. Aber gebraten ist schon eine Frau, ich schmeck doch ganz gut. Tick, 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 Tick. Da ist ja noch mal deine Base. Ich mach mal deine Base. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich komm mal deine Base. Ich komm nicht so in Angreifen, du ach, viel zu nicht. Jetzt muss ich Iron Discs machen. Jo, haben wir glaube ich noch ein paar. Hallo. Dieses Maripa hat Wolle gedroppt. Vier Stück. Ich glaub bald kaum ein großes Pokémon Update. Also Pixelmon Update. Glaubst du darauf, ist es die Hoffnung oder als Lüste? Einfach weil so lange nichts gab. Ja. Schlimmste ist einfach bei Pixelmon, aber wenn du so ein Mod spielst. Was? Wenn du Minecraft updateest. Was dann? Ja, dann haben wir doch immer das Problem, dass jetzt Pokémon weggeht. Ah, ja. Das ist ja halt, weil die JAR wird ja erneut und ich glaub irgendwie da wird halt alles abgespeichert. Naja, das glaub ich nicht. Wär dumm. Das wär ganz dumm. Das wär ganz, ganz, ganz dumm. Wieso? Wir haben hier für eine neue JAR gehabt und deswegen wurde nichts übertragen. Aber wenn ich meine Welt, wenn ich meine Pixelmon Welt mit einer anderen Minecraft JAR, wo andere Mods drin sind, neben Pixelmon-Spiele und trotzdem mit den gleichen Gruppen. Also sagen wir mal so, ich hab einmal Pixelmon und Demo-Indicators und einmal Pixelmon und 2-Many-Eye. Zum Beispiel, ja? Ja. Und dafür hab ich zwei verschiedene JARs. Aber ich spiel noch Pixelmon auf einer Welt. Und dann sind die Pixelmon auf... Egal mit welcher JAR, ich spiele trotzdem die gleichen auf der Welt. Ja, aber ich meinte gerade die Server JAR. Sehr doof. Weil immer als ich die weggemacht hab, waren auch die ganzen Pixelmon weg. Egal was ich anders verhalten hab. Ich hab doch auch mal die Welt selber geöffnet und hab meine alle Sachen nicht gesehen. Alle meine Sachen. Ne, ne, meine alle Sachen, ist richtig. Ne? Ja, das ist halt einfach alles doofig. Oh, hier kämpfen zwei Tau-Rosse. Ich leg mich mit einem an. Wow, wow, mit den Kaputten von beiden. Ey, wieso kann ich das nicht angreifen? Vielleicht war das im Kampf. Ist das Leben 15er gewinnt gegen den 21er? Komm, sobald... Ja, jetzt sind er tobt. Jetzt greif ich ihn direkt an und er hat wieder volle Leben. Wow, hau! Ha! Ja, die sind gleiches Level, ne? Also... Er macht mich wahrscheinlich fertig, ne? Sieht nicht gut aus. Oder knapp... Ah, Squirtle feintet. Ach guck, Gengar, hau mal raus. Ein Shadow Ball. Oder einen Shadow Punch. Oder leck ihn. Bei wem war, ähm... Plug nochmal so, also von... Von meinem Doryo, dieses Plug, dieses Schnabel. Wie war das nochmal so effektiv? Weiß ich nicht mehr. Das ist nämlich auch nicht. Das ist nämlich auch nicht. Ich bin ja geil. Ah, jetzt ist Taurus tot. Aber wo mein Squirtle faded? Es ist Squirtle. Squirtle. Es ist so, ne? 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 Ja. Stimmt. Boah, ich bin hier voll am Worken. Weil man ist hier voll die Scheiße. Ja, und so. Mhm. Und ich bin ordentlich am Trainieren. Hart! Hart. Back. Quietschern! Alongzимер! for output! SM GG Level 16 und eins hat sich entwickelt. Und es kann Biss erlernen. das ist ja komisch aus so, jetzt habe ich genug Ultramen, glaube ich wie viel hast du? 18 boah, meinst du das nicht ein bisschen wenig? hier hast du 1, 2, 3 ich habe gar keinen ja hier, jetzt hast du 3, wenn die auch ne, ich mache gerade Hiren ja, trotzdem liegt das jetzt 3 3 Bälle? ja ich? danke jetzt habe ich 26 cool gibst du mich ab? ich habe wirklich nur 3 schweiß schweiß? ja was ist denn da hinten? ein Magnetolioliti oh oh ich entscheide mal ein Brokerball ah ah unbreaking, ne? mhm infinity hier ist Mew cool, cool weißt du weißt du das ist geschrieben M-E-O-W-T-H ja auch, ja so, dann hatte ich mein Computer nein, die hatten ja nicht ne Persis? ja, ich hatte aber auch ein Mew ja, das ist vorher gefangen hast du kein Mew? das hat mir auch Mew was ist das denn? wow NEIN DORIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLI noch sehe ich den hier auf Prada noch sehe ich den hier auf Prada aber ich sehe ich da hinten stehen oh, mein Magneton ja, ich muss mal eben ich gehe zurück zur ersten Bates weil ich finde da kann man besser trainen so wenn man low levels wieso treffe ich den nicht? so, komm, wir gehen hier mal trainen ey ich will den haben, ich weiß nicht ist so ein Magneton gut? Elektro Magneton ja, ist Elektro ist das gut? kann man gut ran, gegen was? gegen Wasser ja oh, da ist ein Snorlocks oder Snorlax Snorlax naaa Snorlax alles klar bei dir? altes Haus ich muss dir halt sagen du bist echt ich hab mich grad den Pokéball verschwendet hab den geschmissen aber nichts ist passiert ich schieße jetzt einen Pfeil auf Snorlocks oh, der ist einfach durchgegangen naja, ist egal wo ist der? wo ist der? direkt bei der Base da bin ich auch äh, Budze 1 Budze 1? ist Snorlax? ja Relaxo? ja warum sind die auf einmal überall? wo ist hier hin? wo hin? Snorlax ja bäh was hast du denn? ähh, kann ich hier irgendwo ein Spielerhelfer anzeigen? ich seh dich auf meinem Radar was? ich seh dich auf meinem Radar jo, ich dich irgendwie nicht auf mein Sieger wir brauchen definitiv Warps näh die Forgeplug inführen was willst du mit Warp? hier, siehst du ihn? Nö. Ich geh nochmal, ne? Dahinten sehen irgendwie Tränen aus, die ich glaub ich voll trage. Warte mal kurz. Es klappt irgendwie nicht, dass ich den... Ja, ich versuch's nochmal. So. Ordentlich Fleisch, 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 Fleisch. So gelagst du, ist nicht einfach zu fahren. Ist so, ne? Als würden die Bälle an ihm einfach abprallen. Ist er hier wo es lab... ach Gott. I know he lost trouble when he walked dead. Komm schon, ich brauch einen guten Trainer, an dem ich ordentlich labeln kann. Nenn mich, ich hab nur gefälscht diese Pokémon. Hey. Während ich Trainer suche, hol ich mir Food. An dem ich Schweine mit nem Flame One Bow hank. Was ist da denn? Ja. Was würdest du sagen, wenn ich dir sag, hier steht echt ein Ju? Hm. Ich geh mich zu dir. Okay. Aber hier ist kein... Was machst du dann? Versuch ich das vor dir zu fahren. Ach so, wenn's nicht da ist? Oh, okay. I see what you did there. Hey, ich hätte den Meiltank nicht einselfen und... Die sind echt hartnäckig. Mach ich das fertig? Hm? Mach ich das Meiltank fertig? Okay. Das hat mich auf jeden Fall einmal gehittet. Heart? Ne. Ach so, ja. Nein, natürlich nicht. Doch, doch. Nein, doch. Nein. Aber ich stupfe dir wegen Hypertrank ins Gesicht. nicht ja ja Level 17 ich komme an meinem Tour-Talk immer näher I'm you, Kribbel echt? wow, wo? Mutzel 7 ach so ja Mensch da geht der Command-Block noch gar nicht doch, doch, habe ich jetzt bei denen gemacht echt super hier ist aber Mew ja ein echtes, ne? und Mew 2 auch, ne? ja ey, das ist ein Gang nach unten da geh ich gleich mal rein, aber erst töt' ich jetzt Logan das wollte ich Logan sagen ey ach so das ist deinste Form von Wolfix voll niedlich fang doch hast du schon mal die Entwicklung gesehen? welches? von Wolfix weiß nochmal ich weiß nicht wie das heißt, das ist so weißlich ne mit ein bisschen weiß nein könnte auch noch sein, dass das weiß hat da bist du nicht sicher, oder? nicht ganz gut ey, was ist hier unten? hier ist so Untergrund vielleicht weiß ich nicht da hinten ist ein Dungeon, wo wir anscheinend mal drinnen waren hier kämpfen zwei Golbatte Golbatz die Kiste hier drin ist leer sonst ist da keine oh Gott, weiter geh ich nicht da ist nämlich noch ein Golbatz Golbatz die sind voll die voll die Waterstones am Start die sind ja überhaupt nicht rare die sind ja viel zu oft hier boah ich brauch richtig viele Firestones ja mach mal einen ja ich meine Firestone Shards fach mal mit einer an ja ne aber ich weiß da jetzt wo die sind ja dann such die jetzt noch nicht erst für dich ein Tutor ne, Growlithe und das ist nicht klein ich brauche es nimm doch kleine, die sind voll süß mach Labras oh, wie selten selten immer wieder so mit dem Kopf aus was hat wie das Monster von Loch Ness nein, wie das Monster von Loch Baum what? Kartoffel, ey hey, not today au uuund uuund you captured Growlithe aber ein richtig großes Nossi Nossi ich glaub ich hab Growlithe größte Version grad Nossi 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 nein, what? so ein selbwertiges Pokémon ja, aber da sind die Entwicklungen noch nicht drin ich glaube es entwickelt sich ich weiß es aber auch nicht es entwickelt sich zu Horsi Man hast du jetzt nachgeguckt? ja es entwickelt sich zu Horsi Man Fisch ja mhm mhm das ist ganz offiziell, ne? ich hab's gefangen echt? ja meine Fresse das ist Folge der Fangerei und Levelerei ahaha Pigli du stirbst okay doch ich such jetzt mal eben Horsiii mir hab ich grad voll die Orientierung verloren gut, dass ich ne Waypoint zum Butz hab jetzt wisst ich nicht wo lang jetzt wisst ich nicht wo lang waren wir hier schon mal überhaupt da ist noch ein Schmied in den Arsch geschossen so guckst du grad? ähm wie sieht er aus? sieht er cool aus? also Horsi find ich ja sowieso war immer schon so so'n Süßi dann Seedra yeah like a boss, ne? heftig sieht auch aus wie ein Meer wie heißt das? Meer Ratte Meer Pferd Seepferdchen genau ok und das letzte? Kingdra sieht Kingoffs echt? ja so richtig like a boss ja heavy hier ist ein Beedrill oh da hinten war da ein Trainer Trainer sind verdammt selten geworden wieso? was? ich find's nicht auch, Trainer sind viel seltener geworden ja was ist das denn hier? ein Tentacruel ach weißt du was hä? hä? also was braucht? na ich? also ich nicht nicht schon cool hey wo fangst du ja? hab ich super awesome es ist fucking awesome jetzt noch einen schönen Biss noch ein Biss Level 18 hm muss ich das jetzt schon wieder? ach quatsch, das geht klar und wir grad Daytime ich hab hier ne Putze gebaut die die den die 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 Bis zum nächsten Mal.